Hallihallo und herzlich willkommen zu Laxplacemite! Ich spiele heute AUKUANG und bin entweder auf der Solo-Lane oder auf Mitte. Wir werden mal sehen, wo ich lande. Ähm, machen wir das so, ja. Wir haben wieder einen Dschungler und wir wissen noch nicht ganz, wer die Solo-Lane hat. Ich hab sie. Gut. I'm Ted. Test. Sie testet ISIS und geht auf Mitte. Na dann. I test Middle. Okay. Dann bitte komm hier hin. Komm dann doch bitte hier hin. Where is Hawk? Ja, wo ist denn Hawk? Sprech das doch ab, wenn du willst, dass wir hocken. Na, ISIS, kennst du Bodyblock? Ja. No fuck, ich aber nicht. No fuck. No fuck, ich bin böse. Ich bin böse. Ähm. Okay. Na dann. 50er NDR Ja, ist gut. Und zu bitte versuchen die zu Bodyblocken. Kannst du? Bitte. Neh, neh. Äh! Versuchen die zu bloggen. Danke. Boah. Ja, süß. Die Test mit Mitte. Einfach so. Man kann die auch einfach mal Mitte testen. Okay, Mitte wird ein Problem werden, nehme ich an. Und zwar kein kleines. Und zwar kein kleines. Du bist ja putzig. Achso. So läuft das hier. So läuft das hier. Stark. Da ist der hier Jungler. Huh. Naja. Soll mich nicht stören. Ach, Loki. Putzig. Hm? Dann farben wir jetzt hier. Loki wird sich wohl irgendeinen Buff holen, den sein Kumpel-Fing gemacht hat. Oder er will mich töten. Süß. Süß, Loki. Lieb von dir, dass du auf Nummer sicher gehst, dass auch deine Bogenschützen in meinen Tornado laufen. Tür, du hast da einen Bakasura hinter dir. Nur so für den Fall, dass du es nicht bemerkt hast. Ja, und ISIS, die Mitte testet. Ein Traum. Ein absoluter Obertraum. Selten so einen schönen Traum gehabt. Wie ne ISIS, die Mitte testet. So, immer schön Mias rufen. Oh, sie haben den Jungler getötet. Das ist ja nett. Wenn der hier Loki länger wegbleibt, kann ich auch meinen Tod, den ich vorhin hatte, im Vergleich zu ihm locker rausfarmen. Das wäre nice. Ja, das ist tot. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ah, da ist Loki. Hallo, Loki. Ich habe dich nicht vermisst. Oh, du bist ja unsichtbar, Loki. Und jetzt? Und jetzt? Hm? 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 Da ist er ja wieder. Nein, na, Loki? Ja, ja. Süß. Ja, ja. Oh, da geht er da lang. Was ein Arschi. Ja, natürlich. Hallo, Jungler. Schön, dass du da bist. Ich hatte gerade mit Loki so viel Spaß und dann nervst du mich, Jungler. Oh, rechte Lane hat Probleme. Hm. Nicht so schön. Na, ich gehe mal schnell auf meine Lenk zurück. Wie sieht's denn goldmäßig aus da? Liegen wir hinten? Super. Freut einen doch. Ein Alli hat sich geslagt. Ein Alli hat sich geslagt. Ja Loki Süß Und jetzt Oh Mann aber für mich Da wollte ich ihm den Kill lassen im Übrigen sonst hätte ich da wesentlich aggressiver drauf gehauen Aber Hat nicht ganz geklappt wie vorgestellt Und du denkst das reicht? Du denkst das reicht? Denkst du das reicht? Ruf jetzt deinen Dschungler der soll mich ganken Ah er ist tot Schade Schade Loki ich weiß was du vorhast Oh nein Loki Übrigens ich seh dich im Tower Versuche mich doch nochmal im Tower zu killen Loki Geh doch wenn du willst Guter Trick Loki Probier es doch bitte ein andern mal mit anderen Leuten Oh ist das ein Farmfest Oh ist das ein Farmfest Ich will rennen können wie ne Pussy Ich will rennen können wie ne Pussy Ich will nicht aufgeben Ach Gott Ach Gott Gott sei Dank ist der Hades nicht gefeedet Gott sei Dank ist der Hades nicht gefeedet Wer hat die denn geultert? Wer hat die denn geultert? Ich bin nicht gefehlt Ich bin nicht gefehlt Ich bin nicht gefehlt Oh Gott, Eis ist stirbt. Das ist ja ein Schock, dass Eis ist stirbt. Ein absoluter Schock, dass Eis ist da stirbt. Oh, das hätten einfache Kills für mich sein müssen. Das sind alle beide. So, jetzt hole ich mir den linken Tower hier. Und jetzt hole ich hier ab. Dr. Der Köne Wand auf die Base in der Flache ab. Gut, hier. S redefiniere dich He Palestine. Mmh-hmh-hmh-hmh-hmh-hmh-hmh Grad mal ISIS gerettet Was macht ihr da? Du bist tot Und ich will jetzt abhauen Es ist schön, dass ihr euch alle um die Goldfell kümmern wollt Aber wir könnten nochmal die rechte Lane gegenpushen Also als Vorschlag Wäre glaube ich nicht verkehrt Wäre glaube ich nicht verkehrt mal die rechte Lane ein bisschen gegenpushen Ne? Ich mache hier ein Farmfest Links ist ja eh nichts mehr los, wie es aussieht Und so kann ich auch schön locker meine Stacks für Book of Taruti hochmachen Oh Gott, jetzt pushen die links Die pushen links Dann kriegst du ja wohl jetzt, oder? Danke Den hat er bekommen, der Fenje Den habe ich ihm zum Fressen serviert Hallo Loki Ach Loki Hm? Hm? Loki Hm? Was hast du vor? Ah, abhauen Ich werde jetzt nicht einfach rüber gehen Ich werde die Minion-Welf da clearen Und dann rüber gehen Über meinen eigenen Dschungel Denn ich weiß nicht, wo Loki ist Und er könnte mir auch nur eine Falle stellen Aber ich will eigentlich auf Mitte auch rüber rotieren Als es stirbt Das ist ja ein Schock Und ihr lasst mal alle schon unseren Mittel Tower in Ruhe Und dann lasse ich mich hier schon mal gar nicht Oh, da dreht er im letzten Moment um die Pussy Irgendwo hier ist ein Bakasura Den habe ich gehört Oh, ich habe ja Sprint Und dann lasse ich mich hier schon mal Und dann lasse ich mich hier schon mal Tut mir eingefallen Und wenn alle Gegner leben Greif niemals Fire Giant an Na Was denn So, ich werde auf Mitte rotieren Und eine Spitzen-Ultimate landen Einfach nur... Ja, ich habe alle Minions getötet Oh, der ist dann ein bisschen besser Wäre saugeil gewesen Von der ISIS Er will denn jetzt Fire Giant angreifen Nein Also ich bin dagegen Wollen wir? Aha Wir wollen Das ist Wahnsinn Er wird uns wegquillen Komm, hock ihn Sauber! Deswegen macht man Fire Giant, wenn alle da sind Game over! Fucking Lackers Hier ist gar nichts Game over Und Lackers waren die nicht Wir waren einfach nur dumm Und Gott sei Dank Pushen die keinen Phoenix durch Ja Netto ist ziemlich weg Ja, das brauchen wir Wir brauchen noch einen Fangry Der, wenn die Gegner Fire Giant haben Im Gegnerischen Dschungel rumrennt Das ist so die höchste Priorität Was wir im Moment brauchen Selbstmord und Disconnects Ich kann mir nichts besseres im Moment vorstellen Ich muss da weg Ich muss da weg Wir hatten Disconnected Unser Kronos, Herr Spitzer Na, das Einzige, was wir jetzt machen können Ist vorsichtig farmen Bis der Fire Giant von denen runter ist Und dann können wir eigentlich auch aufgeben Denn, ne, Disconnect Rage Quill Oh, oh Huhu Ich muss Ah, super Ja Sind natürlich auch alle in dem Dschungel da Athena Hast du keinen Bock mehr Hm? 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 Hattest du die Lust verloren? Hm? Athena Lust verloren Was ist denn da rechts los? Ah, fern gestirbt Wo ist Tür? Da ist Tür Oh, ist das witzig Und Eises, was sagst du zu dem, was hier so los ist? So schnell kann es gehen So schnell kann es gehen So schnell kann es gehen Ich mache ein kleines Farmspiel Eises feed it auf Mitte Ich nehme es dir nicht übel Jeder hat schlechte Spiele im Übrigen Allerdings Den Fire Joint Den Hätten wir uns sparen können Vor allen Dingen, weil wir kein Hand of Gods haben Oh In aller allerletzter Instanz Haben wir wirklich An dem Fire Giant verloren I outplayed her I'm so skillful Ähm Vielleicht mache ich ja jetzt ne Loki Aufnahme Bis zum nächsten Mal Ciao